Ah, Diamond! Huh! Schiech! Loll, guck dir das an! Die haben einen Diamond-Spieler und einen Silber-Spieler! Das Ding ist, ich bin ja schon halbem Weg Diamond. Du bist ja auch Platt mit Tank. Ja, auf dem Account ja. Ja, ein Triff ist Silber. Ein Diamond-Support! Schiech! Ja... Ich hab große Sorgen, aber wir werden ja schon schaukeln. Genau, du hast ja auf diesem... Gar nicht den coolen Skin. Das Matchmaking confusing me. Ja... Ja... Kann ich verstehen. Ich genieße diese seltsamen, schönen Momente der Ruhe vor dem Sturm. Ja... Mä... 3... 2... 1... Entschuldigung! Schiech! Haben Diamond-Ferror-Dorff mit Piggy... Ey! Wir haben doch mit Piggy gespielt! Oh und wo? Oh nein! Er hat Diamond und Lumber getroppt! Oh nein! Oh! Ehrenloser Hund! Ehrenloses Mund! Lucio! 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 Wo ist Lucio? Wo ist Lucio? Schiech, Alter! Nice! Wunderbar! Erstmal! Erstmal von... Aua! Nein! Nein! Er macht einfach... Er macht aber nur Sortiere! Richtig! Das ist schon geil! Das ist schon geil! Ich hoffe! Weißt du, was ich lustiger finde, wenn... Wenn er bei Reddit Lucio wäre und direkt gepunigt werden wäre! Dann werden einfach noch... Jech! Wir haben ein Problem gerade! Ist das so? Oh Alter! Ja! Wir haben das Problem! Und zwar, dass du reingehst ohne vernünftigen Sub! Stopp! Ist das verreckt! Als Oppi, Oppi, Oppi! Ja, die ist ja von Roadblock gedötet worden! Oh mein Gott! Nein! Click, click, click! Aber dazu kam ich ja gar nicht erst! Oh! Ich bin close, click, 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 click! Ganz close! Miroslav! Schöngemacht! Dankeschön! Nice Vorlage! Ah, dein Lucio muss noch werden! Kann ich easy aufheben! Ja, der ist tot! Oh, der Autog ist doch da! Der Finis! Mercy rest! Mercy rest! Karte! Fuck! Ist nur der Soldier! Der ist nichts wert! Oh! Ja! Nice! Schön! 2 Minuten! Aber ihr dürft'n mich ruhig begleiten! Chiiiich! Lass'n die YouTube-Runde draußen machen und die einfach nur Chiiich nennen! Ich werde irgendwas ganz peinliches sagen! Safe! Chiiiich! Hab' ich voll Bock drauf! Äh... Hinter uns sitzen McQueen irgendwo! Äh, da! Hinter uns! Hab' ich schon mal erwähnt, dass ich Hooks hasse? Ungefähr so siebenmal am Tag sag' ich das, glaub' ich, oder? Ich glaub' es reicht noch nicht, aber... Was ein Scheiß! Da war ja alles auf mir! Also, ich hör'n nicht auf dir! Warte! Ey, was? Was? Wir den bill, wir den bill, wir den bill! Hoi, Woi, Woi! Das ist mega Losable, Alter! Mega Losable! Richtig gut! Ja. Vier Mann geh'n her kidnappen! yle, du much mit look! NEINF was domains am VW! Wehe! ICH MEHR! Sammölln! Summ bull! Jaaaa... Seinmal sind tags movimiento angepasst & einfach mal um sie zu essen. melee Carry Oshier's und weiterhin land danebenramatic. He bei mir sofort... er oder vai- oder ist die Tarteermannel enhance? Jaaa... Neue neUN失 conund gar nicht mehr... Guck mal ganz kurz Barry unten lassen. Huck! Aber die Tegelf ist auf unserer Seite. Yes! Habt ihr Healed? Wo hinter uns ist ruhig, ist der McPierer, äh... Ja, kann gar nicht tun. Ja, steht gefährlich bei uns, sagen wir es so. Boah, es ist so wichtig mit, äh... Sigma immer dieses Schild hinzusetzen, wenn der Roadhog jemand hookt. Wenn man das perfekt trifft. So nice. Müsst ihr ausdeckern. Okay. Ab crazy. Ah, das war Waze. Scheiß, was macht der denn? Fuck, ich bin da auch gerade den Draug verkackt. Egal. Ist da eine Rescue-Auktion. Nein! Nein! Oh Gott! Oh Gott! Na, ich hatte gerade Angst vor dem Lucian, der hat mich boob. Weil der hatte mich komplett rundebucht. 0 gold der mensch gold kills 15 16 bronze gold gold oh mein gott Schööööön, sauber, ja man, großart. Sehr geil. Sojo ist noch hier am rumdüdeln. Huah! Komm, schieß auf mich, schieß auf mich, trau dich, ja! Schööööön, man, ja man! Oh Mann, trotzdem noch Gold-Damage, so muss das. Geil, richtig spaßige Runde, gutes Match, ey. Richtig nice, richtig nice. Dazu kann ich nur ein was sagen. Schiech! Die Rolle bekommt einfach noch ein Schiech von mir. Geil! Ah, man kann sogar den Text-Chat ausschalten, sehe ich gerade, ist ja sehr interessant. Wusste ich noch nicht. Ist gut zu wissen. Wenn das mal irgendwelche Leute gibt, der einfach richtig abfacken da drin. Kann man den doch einfach ausschalten. Okay, wo, wie, wann, wo geht das? Wenn du auf Karriere und Freunde, ey, wenn du auf Freunde und Gruppe gehst, kannst du den für die Gruppe, für das Team oder für allgemein ausschalten. Oh, progress. Help me! Dude! Nein, wir helfen dir nicht. Der mag sein Team gar nicht, glaub ich, der Boy. Lol. Schiech, alter, du kommst nicht wieder hoch in den Top 500. Das ist der Content, Eilid. Eilid? 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 Wo bist du? Ich hab ne Eilid in meiner Klasse. Oh, lol. Das ist echt toll. Sehr nett. Hat sie im englischen auch liegen? Ja, keine Ahnung. Boah. Ich glaube, sie nehmen keinen liegen. Soviel zur YouTube-Runde. Das war's mit der Monetarisierung. Yes. Wir sehen nicht bei denen der Fall. Oh. Leider kann ich sterben. Du bist Anti, oder? Ich bin Anti, ja. Okay. Aua, 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 fuck, 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 Okay, dann geb ich ihm nur jetzt ne Stunz. Ja, ich halt ihn mal ganz kurz zurück. Geng'u, 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 geng'u one, geng'u one, geng'u one, geng'u one. Schön. Feiner hat kein Schild. ganz down ganz low lass mich einmal kurz wieder hochheilen ah mann schön noch einer rausgeholt mit 9-4 jetzt Gold-Tabbage schön nice sehr gut ich hab nur Prong ich hab ja das heißt aber einer der DDO hat echt nichts ja guck wir haben ne Widow wir haben ne Widow it's okay ja okay ist was dran Nudo ist nicht unbedingt immer ein größter Damage hinter ich guck gar nicht irgendwie wer fängt mir ab die Runde float einfach nur so geil durch macht so viel Fun 3,5 ok fast du ist direkt down schön auf den Soldier das geht hab grad nicht zum draufgehen falls du mich da entholt ja okay sehr ja ist okay lass zurück lass zurück ja nur noch ja okay brauche ich nicht eskortieren über 10k Damage jetzt auch nochmal noch Gold Gold der Kills sehr sehr gut oh ich hab mein Prong ich hatten verloren nice glaube ich ja für mich ist halt nicht so geil aber für das Team ist es gut er spricht für die Person die auch mal jetzt Bronze Damage hat ja zu einem positiven Sinn ja die Barriere steht vor dem Zusammenbau die Barriere steht vor dem Zusammenbau ja 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 kommt wohl ein Blade ja Nanoblade Aua wurde weggeschnitzelt da ist das bestellte Nanoblade ja ja jetzt komm ich mit allem war zu erwarten warum bist du auch noch da jo komm mal nochmal dran äh ne 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 lass 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 ok schade egal ich wär drauf gekommen aber das wär ja hat aber auch gut Zeit gegeben hier alles ja absolut der hat wohl noch nen Shatter hab auch noch Shatter boah ich werd einfach gesleebt hier hinten boah ich werd einfach gesleebt hier hinten ok dann halt so schöner Charge dankeschön mhm hätt nicht sein müssen was wir haben, haben, war jo ja genau deswegen ja ist dumm warum macht ihr das? na da denk ich jetzt der Ohr extend einfach ja das ist nicht machbar und nicht nötig nein ja man der Stein der gute alte Stein er ist immer wieder da Stein 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 er kam zwar ganz minimal zu spät aber das passt schon ich er hat ihn trotzdem noch easy getroffen und vor irgendwas Schlimmeren uns bewahrt oh ja man so macht man das mit ner Diva Stein das ist vorne wieder an der Pell mit Läder ich brauch grad nur die Heals top da kann ich die nicht ausheften hab die Lab raus und Tjavi ist fett Archie ich bin fett Archie ich bin fett Archie oh nein 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 oh mein Gott oh nein ich hink fett im Dragon drin das waren eins zwei drei Huls glaube ich richtig und die haben jetzt schon eine Minute weniger als wir oh unser McQueen will die gleich äh ja ein nennen wir noch Colter mit Goldkiss naja das wird ja wieder lustig hinter euch ist ein Anso jo er gammelt da oben rum ebenso wie der Stoll da oben er ist jetzt unten ebenso wie der Hanso schade hm ja ich dachte er kriegt barrier break aber war nix ja die Hoffnung stirbst du erst richtig oder irgendwie so in der Art war das ich war mir nicht sicher wie sehr du in Gefahr bist ich glaube es hat sich schon gelohnt sehr groß sehr sehr groß sehr groß sehr groß oh ja ja ok entweder wäre ich durch Reinhold oder die Bombe gestorben ja schade ich konnte den Anno noch abhalten wie heißt denn wir brauchen einen Heiler winnable 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 kann jemand contestant rangehen ok nevermind leider schade ey wirklich schade fuck ich wäre jetzt noch rangekommen nämlich ja von unten liegen jetzt alle das ist nicht nötig das ist Waste das ist einfach nur Waste für uns gerade ah ich hab gleich wieder die Hatter aber Waste steht hier gar nicht schlecht wir müssen hier weg wir müssen hier unbedingt weg wir stehen ja hinter deren Spawn Waste Und diese Krise der Regierung in die Refrain stein noch nicht Scheide kann nicht sterben Du gehst weg da Alter, du gehst weg, er hat nur noch nen Stein gefressen ey, im Charge hat er nen Stein gefressen, Reinhard kommt zurück, wie gedacht ohne Nano jetzt, Reinhard am Ohr extend, au au ja, fährt mich, er solo dich, ok noch 30 Sekunden, machbar machbar Ich bleib auf dem, auf dem Bronchi-Schaden, wir hängen gerade Big! Niiiice, so macht man das Spiel gut, vorkut Der kommt nicht mehr ran, worum er ist Niiice, nice, nice Ich hab echt meinen Gold-Damage und Gold-Kills verloren, obwohl ich 16,3 Damage hab und 38 GG, Big GG, das war echt schön Ja Die Stunde hat geschlagen Uuuuuh, wie lehne ich in die Lämmen kommen Nice Old Queen, true story Boah Ja, der Queer hat mich mit Damage überholt, um knapp 1000 Uuuuuh Nicht schlecht Niiice, sehr schöne Runde Ja, äh, richtig geile Runde Richtig gut, richtig gut Richtig gut, richtig gut So, jetzt gucken, wo wir live Ja, ich muss gucken, wo ich jetzt erstmal lande Ach, dann muss Okay, win Los, los Draw und win Joooooo Wo sind wir, wo sind wir Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah Na, nicht so geil Ich hab knapp Ich hab knapp Ein